ich habe gleich ungefähr 30 Kartoffeln ja da finde ich nicht gut muss ich die Gegend ertauschen nicht nur so weiter nein 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 ich schenk dir welche ja auch ja nein du hast ja einer wo die kann ich eine Möhre schenken ja ich wollte gerade sagen ich habe auch keine Möhre ja ja da kann ich dir auch ein Geschenk ich bin nicht zu großzügig sein Torben eine ganze Möhre Alter der Villager so mit äh Villager denkt sich aber auch so jo ich steh einfach mal draußen wo ist er jetzt in der Torben ja habe ich Peter Körner da ja so einen kleinen Zuchtwald in der Gegend um Alter was geht bei den Tobi wir machen ich hätte es scheißegal bevor du damit an sonst mutigst ich gleich du kannst du nur noch zuhören oh jetzt habe ich sogar eine Möhre vom Zombie bekommt Tobi das ist doch toll so und hier sitzt der ganze Rest an Möhren die Kürbisse habe ich doch wenn ich aber wenn ich irgendwas unwichtiges wegschmeißen dürfte dann können wir jetzt auch die Hasen schon einfangen bevor die wegküpfen Alter Hexe in meiner Gegend bleiben du willst du willst du willst du willst du hast mich vergiftet und das ganz schön hart aber die Zombies denken sich ja alle die Villager sind viel cooler als ich also habe ich eine gute Chance zu überleben oh das Geld denkt sich ich bin cooler das stimmt wiederum nicht das stimmt wiederum nicht Hi Nein das ist eingefroren was ich befürchte scheiße das war halt das war halt das war es das war es hä wer ist die spawnt was sei es eingefroren ach so ich habe irgendwas von die spawnt verstanden wo alt der Grenze ansieht und so ein Scheiß ergeben echt auf den Sack ja das ist voll unendlich dass die Lehne hinzugefügt haben ich kann den Weizen nicht abbauen das hat aber auch ganz schöner Sachen auch ich hätte das Glas doch achten ja ohne Textur noch nicht das sehen die einfach nur richtig scheiße aus doch auf jeden so richtig übertrieben Pixeln ist Alter die haben keine Kartoffeln in ihrem Wixdorf sehr ehrlich ja nur Möhren weil er hat so ich denke die Möhre übrigens doch nicht ich möchte er gerne eine Kartoffel haben ich bin bei Tobis Lager aber ja okay dann musst du mit Flo auch gegen jetzt was handeln warum? nur also Tobis Lager habe ich gefunden es hat keine Gebe ich brauche ja nicht unbedingt ein ich kann mir Kürbiskuchen anpflanzen aber Kürbiskuchen kannst du ja sogar anpflanzen das kann ich Torben kann Kürbiskuchen anpflanzen boah Alter ich habe endlich ich habe endlich schon mal zwei Blöcke TNT zusammen ja die sollst du bitte leben lassen Flo ich habe endlich schon mal zwei Blöcke TNT zusammen Alter was geht mit dem Creeper denn ab? Alter was geht mit dem Creeper denn ab? Ah jetzt sehe ich diese Grasland aus aber die ist irgendwie nein geh weiter geh weiter geradeaus immer geradeaus immer geradeaus ich schelle ich aus der Grasland von der Grasland schon mal nein von dem Berg aus immer Prozent aber da ist was und jeder von Eichenholz die einfach immer weiter bis zum Bremdorf ist das schießt gerade ab und vor mir meine 30 Level voll ja ich muss aber auch wieder mein Lager alter was geht bei den Viechern ab ja das ist natürlich ja da muss ich auch noch ich kenne Koordinaten stimmt ich sollte auch mal eventuell die Sachen noch aus meinem Lager holen obwohl ich hab das abgerissen hier sind die süßen Hasen nein dein Lager steht hier noch boah Flo äh weil du nicht das steht auch auf mein Haus ach so ähm hier sind ganz viele schöne Häschen die müssten wir am besten jetzt direkt mal einfangen ja und in der Nacht können auch manche aggressiv werden Torben dann sind die nicht mehr das Geschick äh können die ja jetzt gewittert ich dachte die spawnen einfach und können nicht aggressiv werden alter das ist geil haltet nach einem äh Lightning Creeper aus schau und dann müsst ihr damit einen anderen Creeper oder so in die Luft jagen aber was kriegt man da noch mal ah ja da kriegt man einen Creeperkopf ne ja 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 von allem kopf ich weiß alter was geht hier ab Flo kriegst du das auch mit lol hier ist direkt ein Blitz vor mir eingeschlagen ja Junge das ist doch Dauerblitz ja das ist so als wenn ich dich leiten würde ja Tom lauf dir ein bisschen rum guck mal vielleicht kommst du ein das ist so eben oha was hier abgeht ey das ist der ganze der Himmel ist durchgängig hell ja aber das ist gut jetzt wird auch Tag das sind die Blitze alle die schlagen hier überall ein ja aber wir oha Junge ja was ist denn hier los was habe ich noch nie im Einkauf erlebt ja auch noch alter das ist auch Tobi ah hier ist der ich weiß nicht wo mein Daumen ist Tobi hast du das auch ja und ich bin auch früher elf lol wie das abgelehnt durchgängig einfach ja aber echt das ist heftig ich Eisenschwert kaputt aber immer noch Level 29 so muss das eben mein Gott wie lange dauert das denn bis man sie so eine Scheiße zusammen fahren Flo kommt an oh das Skelett hat ein getroppt Tobi ja das sagt das doch hab ich auch gesagt nein kam zumindest nicht an hm mhm wieso hat das Skelett in einem Bogen ja das war was ne bei mir habe ich aber getroppt ich hab getroppt gesagt weißt du was wie dein instant replay weißt du was weißt du was ich werde mich hier im Dorf niederlassen ehrlich ja erstmal halt bis ich also ich baue mir halt ein Haus aber hier habe ich erstmal einen schicken Bunker dann brauche ich mir keinen zu bauen weißt du so lange fang jetzt direkt mit dem Hausbau an oh das Skelett hat einen Bogen gedroppt ich kann es jetzt mal aufhören zu gewittern ich bin jetzt an meinem alten Dings wo auch die Pferde sind Leute das Wetter hier macht glaube ich gerade unser Wetter in Deutschland nach aber echt haben wir sind in Deutschland nein in Amerika ups wusste ich gar nicht nice Tobi wie viele was denn schön dass du uns auch mal was davon erzählst alter ich teile euch alles immer so ich wollte mal gucken ob irgendwer so auf den Chat achten äh ja wenn da wenn hier was wenn hier was kommt dann achte ich drauf so auf Servern so auf Servern mit tausend Menschen da achte ich nicht drauf na da steht eh nur Scheiße es ist Tag es hat aufgehört zu regnen und es hat aufgehört zu gewittern oh und ich bin Level 30 besser ja achso willst du mir Diamanten zuschmeißen oder was ja 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 darf ich den behalten nein ja ok du gibst mir 2 und ich geb dir 1 ah Flo willst du jetzt mal gucken kommen hm ich will erstmal hier braten wo bist denn du überhaupt in meinem Bunker ja mach ich grad und äh Fleisch schmelzen ich hab 63 Gold Alter ich hab 63 Gold ja und hallo willst du jetzt Eisen braten und Fleisch schmelzen na rohes Fleisch hab ich leider nicht kann ich nicht schmelzen so 50 Karotten tatsächlich hatten die keine Kartoffeln ja ja so ist das Leben ne hey was ist das denn ich hab hier 16 Eisen auf einmal gefunden also wie an einer Stelle oder was ja joh muä oh ne schei is 16 Eisen und die waren alle verbunden hallo Baby Zombie meine Güte merlen die Viecher dass die am Tag nicht brennen die betsch So. Erstmal Schaubertisch bauen. Schaubertisch? Nee, ich habe ja kein Buch. Erstmal Buch bauen. Papier brauche ich dafür. Und Leder. Wie viel Leder nochmal? Drei, ne? Eins. Nee, eins und drei Papier, ne? Genau. Boah, seitdem die Bücher erneuert wurden, weiß ich nicht mehr, wie die gehen. Moment. Das ist lustig, ne? Verstehst du? Äh, ja, aber jetzt nicht Kühe schlachten oder so. Ja, es geht. Gut, dann kann ich mir jetzt einen Zaubertisch bauen. Dafür brauche ich noch die Diamanten. Oh, ich zaube mich, ich habe keinen Plan, wo deine Graslandschaft ist. Alter, komm gleich zu Tobis Berg, ich hole dich ab. Okay. Ja, aber ich muss eh noch in meinen... Warum wollt ihr denn jetzt überhaupt was zusammen machen? Ich verstehe das gar nicht. Ich will nicht zusammen machen, ich will zu einer... Auch ich bin so dumm, Leute. Zu der Graslandschaft. Peinlich. Was ist peinlich? Nee, nichts. Werden wir sehen, Tob. Oh, ich habe keine Schuhe mehr. Doch, habe ich... Doch, hast du. Weiß doch. Alter, war ich dem nicht so... Äh, äh... Äh, äh... Äh, äh... Äh, Tom, musst du... Ne, hä, hast du den Verzauberungstisch irgendwie falsch gecraftet? Ja, ja. Läuft. Ähm... Hashtag Torbenläuft. Höh? So, dann einfach mal auf gut Glück, ne? Oh, Tom, kannst du mir eine Dia-Hacke verzaubern und mir die dann geben. Hä, bin ich dumm? Das... Hä, stimmt, soll ich erst Dia-Hacke verzaubern oder Dia-Schwert? Hacke. Ja, hast recht. Stimmt eigentlich. Natürlich habe ich recht, ich habe immer recht. Weil wenn ich dann auf Dia-Suche gehe, kann ich viel mehr kriegen, wenn ich Glück habe. Äh, Flo, wie lange hast du noch Zeit bis zum Aufnehmen? Äh, 10 Minuten. Ach ja, jetzt muss ich ja mit Lapis verzaubern auch noch, stimmt. Ich habe mir gerade gedacht... Ich glaube, dann kostet das sogar weniger Level. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Ähm, ich kann ja noch gar nicht bis... Alter, ich mache so viel gerade ohne nachzudenken, Leute. Ich kann ja noch gar nicht bis... Ich kann ja noch gar nicht bis Level 30 verzaubern. Ich dachte mir einfach so, jetzt bin ich fertig, aber nee. Ähm, so. Gut, äh, egal. Wir haben schon mal die Sachen hier. Und jetzt... Boah, ich würde jetzt hier so... Flo, äh... Willst du zu dem Haus gehen? Äh, nee, ich muss hier noch alles schmelzen. Damit ich zu... Ja, ich muss das doch zu Blöcken verarbeiten, damit ich alles mitnehmen kann. Wo bist du denn? In meinem Bunker, das ist... Äh, weißt du, wo die Wüste ist? Äh, die wir... Okay, vergisst du es. Äh, da kann ich jetzt nicht hin. Nee, komm. Bau dir doch einfach irgendwo dein eigenes Haus. Das ist ein Problem. Hä, mach ich ja. Nein, der Flo. Ich will ja ein eigenes Haus bauen, aber ich will ne gute Landschaft. Die kann ich ihm bieten noch. Ich kann ihm sowas bieten. Verstehst du? Nein. Schade. Ja, du bist auch doof. Zwei, drei. Ja, sag ich. Hm, 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 brain-off-karma wieder. Wie immer. Ja. So. Passiert. Holz, wie... Ähm, Dingsbombs. Findet man's. Holz? Nein, noch nicht Holz. Nein, noch nicht Holz, Tobi. Wie dumm bist du denn? Oh, weißt du. Hier, wie nennt man's, ähm, Eisenblöcke. Holz. Eisenblöcke. Wo vergabst du die denn? Guckt's euch an, Leute. Da kommt auf einmal ne Blumentextur aus dem Gras, wenn ich's abbaue. Flo. Hä? Das soll die Welt zustehen. Wofür brauchst du die denn? Ey, das Zuckerrohr an meinem Lager steht übrigens... Nee. Ach so, dann aber... Verarbeite mein Eisen zu Eisenblöcken, damit ich's transportieren kann. Übrigens, das Zuckerrohr an meinem Lager... So, das nimmt dann weniger Platz. Das... Da hört wieder mal keiner zu. Ja, echt mal. Ich will gerade was Wichtiges sagen. Das Zuckerrohr an meinem Lager um die Seen rum steht unter Denkmalschutz und darf nicht abgebaut werden, außer von mir. Sagt wer? Sagt, äh... Uni... Uno. Na, Tony. Unicef, sagt er? Ja, wollte ich ja sagen. Unicef schützt Zuckerrohr. Ja. Ich glaub auch. Kohle, 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 Kohle. Ja, jetzt hab ich mein Zuckerrohr zwei Hochschulung. Bist du dann schon Level 30? Schlecht. 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 Ich bin der Witzel. Nein, ich bin Level 27. Alter, Holzer, Rhein-Flo. Scheiße. Wie süß. So. Aber ich brate ja noch und dann bin ich vielleicht bald Level... Flupgrät wieder Eisen. Trank der Heilung. Und Gold, Tobi, und Gold. Was ist denn mit dem Trank der Heilung? Den hab ich! Achso, von der Hexe, ne? Ja, weil ich geil bin. Dachte sich... Ähm... Die dachte sich, ich werd den sowieso nie brauchen, aber ich geb ihn dir einfach trotzdem. Ähm... Also die dachte sich, ich werd den nie brauchen, aber ich geb ihn dir einfach trotzdem. Weil der Torben so gut ist, meint er. Ja. Ja. Das seh ich ein. Ja. Ja, ich weiß. Das... Das klingt logisch. Jupp. So, ähm... Ist das... Das... Ich geh in ja. Ich geh in den Neta. Ciao, Leute. Kannst du noch gar nicht. Mach ich auch noch nicht. Vor allen Dingen hast du kein Portal. Das würde man im Chat sehen. Ja, ja, ich... Ja? Ja? Ja. Oha, drück mal Tab. Ich mein, das ist ein Erfolg. Ja, wir müssen noch tiefer. Nein, ihr könnt... Nein, drück... Drück... Nee, das heißt, wenn man in den Neta geht, oder? Ja doch, wenn man in den Neta geht, oder? Nein, da steht auch Bauer ein Portal zum Neta. Ja, und dann geht das...